nach viel stress in den letzten wochen komme ich endlich wieder dazu an Gimlis Axt zu arbeiten so sieht es im moment aus und es wurde in den kommentaren gefragt ob das da oben so silber bleibt nein ich werde heute mit verschiedenen Lackschichten vor allem mit bronze arbeiten dass ich dann diesen Bronze bzw Gold Look da oben bekomme da die Bronze aber ein bisschen zu hell ist wenn ich die alleine sprühe werde ich immer wieder dann mal eine schwarze Schicht mit aufbringen bzw. einen feinen Nebel drüber fliegen lassen und dann mit verschiedenen Washes durch Schwämme bzw. durch Stahlwolle die obere Lackschicht wieder runter kratzen um danach quasi diesen Used Look raus zu bekommen derzeit ist der ganze Teil hier oben mit einem Hammerschlag Effekt Lack überzogen der jetzt einige Zeit trocknen durfte so dass der auch beim drüberwischen mit irgendwelchen Schwämmen dann auch wieder raus kommt das einzige wo ich ihn wieder quasi dann runterschleifen muss ist hier an den Klingen bis die Klingen glatt werden und dann aussehen als wären sie von irgendeinem Schleifstein geschliffen worden ist aber gar nicht so schlimm wenn der drauf ist weil dann kann ich nämlich tatsächlich dann mit Schleifpapier drüber bzw. mit Schleif schwämmen dann sieht es vielleicht hoffe ich jetzt einfach mal wirklich aus wie eine geschliffene Axt ich werde mich hier aus diesem Keller heute kaum raus bewegen da ich nämlich eigentlich nur noch lackieren muss allerhöchstens mal zum Schleifpapier holen das war es dann aber auch vor allem hier bis jetzt also bis jetzt bis jetzt bis jetzt I got everything, I got everything New lights, a new year I'm above your stones We are full but stay hungry Together alone Talks and touches are fading Come and show me your eyes Then we're lingering kindness Hush, it's time I got everything I need on me Ich möchte diese Klingen hier im Außenbereich Silber erscheinen lassen Dafür habe ich einen Silberlack, logischerweise dann Der aber dann nicht komplett flächig aufgetragen werden soll Das heißt, ich sprühe da einen Nebel drüber Noch mal eine Schicht Schwarz mit dazu Und dann gehe ich mit einem dieser beiden Schwämme Wahrscheinlich mit dem hier, weil der ein bisschen feiner ist Drüber Und wische davon dann wieder die oberen Schichten weg Dadurch vermischt sich die obere mit der unteren Schicht Und mit der noch mal darunterliegenden Schicht Da es ja lösemittelhaltige Farbe ist Und die untere Schicht wieder anlöst Zu sehen bleibt dabei aber trotzdem Hauptsächlich dann die silberne Farbe Was ja auch Absicht sein soll Hier ab dem Bereich soll es ein bisschen dunkler sein Bis dann hier in der Mitte richtig hell wieder wird Also quasi wie poliertes Bronze oder Messing mäßig Das heißt, ich arbeite mich außen von den Klingen nach innen hinein Um dann später, nachdem ich alles an Farbschichten aufgetragen habe Diese Vertiefung überall auf der Axt mit Schuhcreme dann raus zu bekommen Das heißt, ich nehme wieder eine dunkle Schuhcreme So wie ich die beim Harley Quinz Hammer benutzt habe Gebe die auf und wische die danach mit dem Lappen ab Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles Ich habe alles, ich habe alles Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Axt hat jetzt auf jeden Fall einen ziemlich schnieken Look, sieht schon sehr nice aus, aber damit wurden ganz sicher noch keine Schlachten geschlagen. Bis auf die Klingen, die sehen so aus, als ob sie schon in den einen oder anderen Orgkopf reingerauscht wären. Wenn man sich aber den Griff anschaut, denkt man, der ist ja niegelnagelneu. Dem werde ich jetzt Abhilfe schaffen, indem ich das ganze Ding mit Schuhcreme einpinsel. Ich lasse die Schuhcreme aber nicht drauf, sondern schnappe mir direkt danach einen Lappen und wische das meiste und gröbste wieder runter. So bleibt die Schuhcreme nur in den tiefsten Ritzen hängen und gibt dem Ding eine Patina, als ob in diesen Ecken einfach noch nie geputzt worden wäre. Sinners for the night and shame comes in the day I sit down in the dry riverbeds Where my brain shouts that I will turn mad Oh, the moon is still visible And though so nigh My face to its light And I Out towards the sky Towards the sky I'm back on my feet walking Vice is all so disgusting But you's just there to confuse Oh, when alcohol is my prostitute Two-way views Two-way views Um, when alcohol is my prostitute So they're just like Oh, when alcohol are your impost plate That you're going to pay me To avoid alcohol You're going to pay for all the money That you're justORTTIN gentelt But you're just like Never mind That you are Right, just like You're Christians That you're just depending on I'm back on my feet Also here A mile Musik Musik So weit mit diesem Projekt. Ich glaube es ist fertig. Nein es ist fertig und es ist mit Abstand mein bestes Werkstück finde ich. Gut vielleicht noch das Buster Sort. Das ist noch ein Stück schöner. Und da haben sich auch einige gewünscht dass ich mal wieder ein Reinholz Projekt mache. Weil sie sich beschwert haben dass hier jetzt das richtige Holz nicht mehr sichtbar ist. Reinholz Projekte kommen auch ganz sicher wieder. Aber erstmal muss ich wieder gesund werden. Deshalb kann ich jetzt auch kein aufwendigeres Präsentationsvideo machen. Weil ich nämlich eigentlich einen Kumpel von mir mit einem Bart und einem Helm ausstatten wollte. Und ein paar Klamotten. Dass der das Ding hier präsentiert. Der ist nämlich ein bisschen kleiner der Louis. Aber wie man hier sieht. Ich habe mich verletzt und kann im Moment nichts weiter machen. Das ist jetzt nicht der Grund warum ich auf Rocket Beans TV erstmal nicht mehr senden werde. Dieses Video ist nämlich das letzte das vorerst auf Rocket Beans TV gelaufen ist. Ich werde denen immer wieder Material schicken. Aber solange ich in der Meisterschule bin kann ich einfach nicht garantieren dass ich regelmäßig also jede Woche ein Video liefern kann. Aber sobald es was gibt kommt es auf RB TV und natürlich auch wieder ganz normal bei mir auf dem Kanal. Die Meisterschule wird nämlich sicherlich ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Gehe es nur davon aus. Und das mache ich ja in Würzburg. Da habe ich sowieso keinen Zugriff auf meinen Keller wo ich dann jeden Abend mal irgendwie runter gehen kann. Aber so das ein oder andere Projekt werde ich auch in Würzburg starten können. Ich habe nämlich vor Amons Maske aus The Legend of Korra nachzubauen. Und dafür muss ich hier zu Hause nur mal einen Gesichtsabguss machen. Und dann kann ich aber mit der ganzen Spachtelmasse bzw. ich glaube ich mache es mit Ton dann bei mir auf dem Schreibtisch einfach modellieren. Ohne dass ich irgendwelche Maschinen brauche. Und das ist glaube ich ganz easy. Da werde ich auf jeden Fall noch irgendeine Methode finden dass ich noch ein paar Videos mache. Weil mir macht das ja alles viel zu viel Spaß als dass ich das jetzt komplett aufgebe. Nur wird es einfach halt ein bisschen weniger werden. Zurück zur Axt. Lasst doch mal was unten in den Kommentaren da oder sagt mal auf Twitter Bescheid wie ihr die Axt findet. Dann würde es mich freuen wenn wir uns demnächst wieder sehen. Vielleicht ja auch in einem Livestream aus Würzburg. Mal schauen. Und dann sage ich jetzt Linusons teif und tschüss. D frümoi esta i audience i la